Fletchling Heroes Fletchling Heroes ist ein relativ neues Arcade- und Plattformer-Game für Nintendo Switch. Über 90 handgefertigte Levels bieten einem die Möglichkeit, Stück für Stück drei verschiedene Welten mit dazugehörigen Vögeln und ihren ganz eigenen Geschichten zu erleben. Ob man mit einem Papagei gegen Piratenechsen kämpft, durch versunkenen Tempel taucht oder zwischen Haien hindurchschwimmt, jedes Level bietet neue Herausforderungen. Manchmal als Wettrennen, manchmal als Endloslevel, manchmal als Duell gegen einen Drachen. Je nach Level gibt es außerdem unterschiedliche Aufgaben, die man zusätzlich bestreiten kann, beispielsweise Münzen sammeln oder gefangengenommene Freunde befreien. Ein besonderes Extra des Spiels ist der integrierte Editor, mit dem man individuelle Level gestalten kann. Damit kann man nicht nur Länge und Art des Levels wählen und von Münzen, Schatztrud und kleinen Inseln über Feinde in Wasser und an Land alles je nach gewünschter Position setzen, sondern auch besondere Herausforderungen bestimmen. Dass es teilweise noch ein wenig an der Steuerung hapert, ändert zum Glück nicht viel daran, dass man sich im Editor trotzdem kreativ mit seinen eigenen Ideen austoben und die Level sogar später mit Freunden oder der ganzen Welt teilen kann. Alles in allem ist Fledgling Heroes ein klassisches Spiel für zwischendurch. Mit farbenfroher Grafik, einem unkomplizierten, aber nicht zu leichten Gameplay, Raum für künstlerische Freiheit und genug Abwechslungsreichtum, um auch nach mehreren Levels nicht langweilig zu werden. Raum für künstlerische Berne Raum für künstlerische Freiheit und festgelegt